Jetzt kommt der kurdische Frauenverein Destan. Liebe Freunde und Freundinnen, liebe Genossinnen und Genossen, ich begrüße euch im Namen kurdischer Frauenrat Destan. Wir sind Teil einer Revolution der Frauenbewegung. Gemeinsam versuchen wir kollektive Strukturen in vielen Bereichen aufzubauen und damit dem eurozentristischen Individualismus entgegenzuwirken. Wir vernetzen uns mit Frauenbündnissen in Berlin, um gegen Patriarchat und Sexismus zu kämpfen. Unsere Kampf richtet sich gegen... Wir möchten eine Gesellschaft, welche von rückständigen Geschlechterrohnen befreit ist, welche ökologisch einplant, mit dem Natur lebt und ein respektvolles Nebeneinander aller Menschen egal welche Religion, Herkunft, Ethnie oder Religion gemeinsam schaffen. Wir sagen... Vielen Dank an alle euch. Applaus nochmal. Ganz laut. 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 Zumat. down. Untertitelung des ZDF, 2020